Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute und herzlich willkommen zur heutigen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir den Ninja Funk-Liga rettet und heute werden wir wieder unter die Meisterliebe gehen, was erfolgreich stehlen oder wahrscheinlich muss ich 200 Mal durchs Level, weil ich irgendwas wieder übersehe. Ja, wir kommen ins Spielende ja so langsam oder sicher näher. Wir retten ja jetzt wirklich viele Funkelis am Stück und wir haben jetzt die gescholene Statue vor uns. Bin schon gespannt, wie die aussieht. Ich würde sagen, rein da. Ich bin bereit für den nächsten Diebstahl. Peace. Warum kann ich nicht nach, äh, weiter vorne? Ich kann nur nach rechts laufen. Das ist mal ein cooles Level. Ich hoffe, der Stern ist nicht auf einen von denen drauf. Also von den oberen, dass man den so gut wie gar nicht sieht. Oh, da hat ein Mitarbeiter sich Mühe gegeben, das Ding zu beschützen. Einfach erstmal nach links gehen und instan die Schleife finden. Das war so offensichtlich. Dieser Punktgenaue Dreck, ne? Kaputt. Oh. Oh. Geld. Die Liebe meines Lebens. Vor allem, als die passt das ja so. Der Satz. Geh weg. Ist hier nix. Ich dachte, da wäre vielleicht was. Da oben ist jedenfalls nix. Immer schön langsam mit den jungen Pferden hier. Ich hatte dich schon gelähmt. Wie soll ich nix. Das verstehe. den hätten wir und das ding geliebt ja oh danke für das geld und für den stern kein verpennt gut das heißt also ob ich noch nach links kann weil dort war ja rechts der raum muss sie spiegel verkehrt denken was für eine anomalie ich gibt ja noch mal die auf hey da oben ist der stern habe ich wünschen können wir mal ignorieren ich kann links oder wenn ich nach rechts ich gehe einfach mal beide rutschen runter zumindest glaube ich dass hier eine rutsche ist hier ist keine hier geht es doch bestimmt ok ich wollte hier weiter nach oben ok lässt sich einrichten ich glaube ich muss das andere ding zuerst betätigen wie kommt man mich denn da unten ach so das war definitiv richtig was ich gerade getan habe das ist nicht eure statu das ist meine ich erwarte was krasses jetzt auch da war der letzte stern ok wäre das schon mal geregelt das war eine geile sequenz ein weiterer coo geglückt meisterhaft gestohlen eigentlich habe ich es zurückgebracht genau 100 und 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 Leute, ihr wisst, wo ich jetzt direkt als nächstes hingehe. Aber vorher gucke ich eben kurz mir das Album-Foto an. Ja. Das ist ein schönes Foto. Äh, wir sehen uns unten. Oh, der Meisterdieb-Funkeli ist direkt hier. Fiese Falle im dunklen Kerker. Okay, das ist der Fall, den wir uns nächstes Mal anschauen. Auf jeden Fall. Ist ein schönes Schwarz. Äh, ich hab auch noch das Spezialkleid, ne? So. Ja, da wissen wir dann, wo es als nächstes Mal hingeht, ne? Die Show heute ist da wieder vorbei. Beim nächsten Mal retten wir den Meisterdieb-Funkeli. Wenn es euch gefallen hat, abonniert ein Like da lassen. Und wir sehen uns bei der nächsten Show wieder. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020